Mein Name ist Ruth Wienicke und ich stehe hier für das Zellinstruments-Team. Zellinstruments hat ein Gerät entwickelt, den Zellcoter, der automatisiert reproduzierbare Zellhydrogeschichten herstellt. Diese Zellhydrogeschichten werden von den Forschern verwendet, um möglichst naturnahe Zellumgebungen im Labor darzustellen zur Analyse des Zellverhaltens. Forscher brauchen für ihre Versuchsreihen häufig eine große Anzahl von Schichten, die bisher überwiegend manuell hergestellt wurden. Durch die automatisierte Herstellung sind die Qualitäten der Schichten wesentlich gleichbleibender und dadurch viel besser für die Ergebnisse zu verwenden. Unsere Vision ist es, Zellinstruments zum führenden Spezialausstatter von Laborgeräten für die Forschung im Bereich Zell- und Gewebetechnik zu entwickeln.